Ich habe mich gefressen. Das ist ein netter Kerl, mein Bruder. Hast du gesehen, was für eine einflussreiche Stellung er hat? Was der heilige Papst in Rom ist? Das ist er hier. Immer wenn ich herkomme, sagt er, bleibt nur recht lange hier. Es soll dir ein Essen und Trinken nicht fehlen. Weißt du, was er mir eben gesagt hat? Lade doch deinen Freund ein. Es ist immer das Gleiche. Wenn wir uns sehen, dann will er mich nicht wieder weglassen. Na ja, er liebt mich eben. Es ist schon für ein stachliges Raubein wie mich eine feine Sache zu wissen. Wenn ich mich mal verdünnisieren muss, finde ich bei ihm ein warmes Nest und ein feines Fässchen. Na ja, mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kacken. Na ja, mach ein paar kräftige Züge. Na ja, mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kräftige Züge, dann kannst du gut kräftige Züge, dann kannst du gut kräftige Züge. Na ja, mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kräftige Züge, dann kannst du gut kräftige Züge, dann kannst du gut kräftige Züge. Graue wie wir, also Südenstaatler. Wir werden sie größt noch weiterfahren. Hurra! Es lebe die Konföderation! Es lebe der Süden zum Teufel mit den Nordstaatlern! Es lebe Generell! Wie heißt der Kerli? Generell! Gott ist mit uns! Er hasst die Yankees wie wir! Hurra! Gott ist nicht mit uns! Er hasst Idioten wie dich! Rechts, links! Entschuldigung! Untertitelung des ZDF, 2020